Oh, das ist da drin. Oh, das war ein Boomer. Ja, das hab ich gesehen. Ah, Heilpflanze, schön. Oh, mein Taschenab ist aus. Da wundert's eh nix. Du hast versehen, die Heilpflanze ist so gegessen. Ah, das war nicht so schlimm. Oh, hier ist Fett Party. Zack. Alle weg. Die lassen aber auch nicht locker hier, die Kollegen. Nö, die haben Spaß dran. Oh. Dramatisch Musik. Oh, nichts passiert. Toll. Wow, ich höre jetzt, kommt irgendwas Großes. Ja, dachte ich eigentlich auch, da kommt jetzt so'n Riese, aber nee. Ja, aber da ist ein Auftrag. Hier ist ein Auftrag, ja. Hallo. Oh, Barthar. Do I know you? Are you here to visit me? Na klar. Oh, wunderbar. Ich habe einen, ich glaube. Ich habe einen. Ich kann nicht erinnern, wo ich ihn habe. Ich kann nicht erinnern, wo ich ihn habe. Ich kann nicht denken, ohne Enzo zu mir zu haben. Vielleicht, wenn du einen findest, ich kann erinnern, wo er ist. Ich kann nicht erinnern, wie er zu sehen ist. Ich kann nicht erinnern, wie er zu sehen ist. Danke, Lieber. Du warst mein schlechtes, altes Herz. Du findest Enzo. Und ich bin sicher, dass ich mich daran erinnern kann, wo ich die Batterie setze. Wenn ich mich daran erinnern würde, dann würde ich in der Bäume beginnen. Er liebt, in der Bäume in der Bäume. Du siehst. Kurze Frage. Wie kann seine alte Schachtel den Mitte in der Zombie-Apokalypse überlegen? Genau die Frage hatten wir auch gerade überlegt. Es rennen überall Zombies rum und die alte macht sich hier rum. Und hier offen. Kein Schutz. Es wird gemütlich in ihrem Sessel. Kein Problem. Keine Waffe, nicht. Ich glaube, die ist einfach schon so alt, dass die Zombies nicht denken. Das ist auch ein Zombie. Selbstgebautes präzis und quer. Wow. Ich habe alles bis auf das komische Auspuffding. Was ist Auspuff? Ach du meinst diesen Druckluft. Was ist das Druckluftding? Der Kompressor habe ich. Dieses komische. Sieht aus wie ein Auspuff. Ach dieses lange Rohr meinst du? Ja. Das finden wir hier auch. Ich habe auch nicht festgestellt, dass die Michael-Jordan-Zombies irgendwie stärker sind oder so. Halten halt zwei Schüsse aus anstatt einen. Besser sind die auch nicht. Hier. Unlocken der Molotow. Habe ich rohes Fleisch? Nee, habe ich natürlich nicht. Weh, auch Quatsch. Habe ich rohes Fleisch? Ich habe auch kein Molotow. Doch, ich habe rohes Fleisch, aber kein Molotow. Hast du ein Molotow? Äh, ich habe keine Flasche. Ach so. Aber Benzin hast du, oder? Mh, auch nicht. Okay. Dann hättest du ja auch nichts gebracht, wenn ich dir das Fleisch gegeben hätte. Dein Inventar ist auch voll, glaube ich. Ja. Meins ist voll. Ich wollte gerade meinen Müll wieder rüber geben. Ja, ja, danke. Deswegen, deswegen ist es voll. Ja, warte ich. Erstmal mein Fisch hier. Aber kannst du die zusammenfüllen? Hä? Gekochter Sumpffisch. Wird nicht immer. Ne, ich habe gerade hier. Fisch and Chips. Yummy. Was ich essen? Durst hätte ich mal ein bisschen. Cool, ich habe alles voll. Und ich habe sogar einen Bonus. Ein Waff. Ja. Das ist ja nicht was für einen. Mal gucken, kann man das sehen irgendwo? Das sieht aus wie irgendwie schnelle Anvisierungen oder irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Oh, es geht doch schnell weg. Ja, das hält irgendwie alles nur 15 Sekunden. Was, ich das weiß. Äh, Heilfunk gibt es sonst wie mit Stoff. Oh, ist da weiter ein Boomer. Hier ist ein Kaputter-Safe-Raum. Au, kurzes Rohr. Kettensäge mit hoher Leistung. Yay, die könnte ich mir basteln, wenn ich die Schwering-Mittel hätte. Guck mal, hier ist der goldene Kelch. Der heilige Gral. Was findest das? Davon müssen wir auch fünf sammeln. Da ist so ein Affe, der die haben will. Hast du irgendwie noch eine Kette oder irgendwie sowas? Ich guck grad. Leider nicht. Äh, rote Pflanzen brauche ich die? Nö, eigentlich nicht. Rote und blaue Pflanzen brauchen wir eigentlich nie. Ich wüsste jetzt nicht wofür. Wahrscheinlich für die Getränke, aber das kann eh keiner von uns. Nee. Getränke brauchen wir nur die exotischen Pflanzen. Das hab ich jetzt aufgenommen. Jetzt hab ich irgendwas an und bist du aufgenommen. Ach, nie wieder. Weil von den Limonaden habe ich ganz viele. Hier ist noch eine goldene Kelch. Dann nehm ich mal den hier mit. Ja, die sind wichtig. Ich weiß aber gar nicht mehr, was man von den Affen dann bekommt. Dann müsste hier nicht auch noch einer sein. Ja, hier ist noch einer. Wir brauchen insgesamt fünf. Das weiß ich. Drei haben wir jetzt schon mal? Ja. Ja. Aber jetzt Pflanzen, die werde ich nicht mehr aufheben, weil das Fleisch, man findet hier so viel Fleisch, da ist übrigens der Affe, dass man einfach die weißen Pflanzen nicht braucht. Da war unser Fleischgrad. Ja. Ähm, warte mal. Geht's hier wieder zum Strand? Ähm, ja. Oder? Ja. Aber hier ist, ähm, so ein Fugel gewesen gerade. Ja. Ne, den hab ich auch gesehen, den wollte ich mir eigentlich... Ja. Oh, der war ein Stock, man. Ja. Wir sind ganz viele Zombies. Da sind also ganz viele. Na, na. Na, kommt mal rein! Oh, kommt der? Ja. Der wollte gerade rufen, ich bin dein größter Fan! Kam nur leider nicht mehr dazu. Ja. Oh guck mal, Huma. Oh guck mal ein toter Boomer. Oh guck mal Hautfetzen. Jaai. Wolle ich? Wolle dich vorsicht, ich geh vor und sag zu dir vorsicht. Ja. Oh ne Heilfenster. Oh ne Heilfenster. Oh ja. Echt? Geht das? Joa. Was sind jetzt die Heilfenster? Heilfenster zusammen für mich. Ja. Die sieht so schön doof aus, so. Guck mal, in der Luft ist ein Feuerball. Aber das Haus sieht echt krass aus. Oh, jetzt gehen meine Pfeile doch ganz schön runter und ich brauche irgendwas, wenn mir blinkt es irgendwas rot. Äh, du musst essen. Warte, 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 warte. Hast du? Ah, ich hab nur was. Gekochtes, außergewöhnliches. Ja. Das Video gehen wir da hoch, weil die gar nicht die Pfeile haben. Äh, jetzt müsste gleich noch ein Zwischenbloss kommen. Warte, komm mal mit. Da müsste irgendwo eine rumlauern. Oh. Au. Die ist auf jeden Fall einer, das weiß ich. Ich hab ihn. Hält seine Armbrust, hab ich gefunden. Harpudengriff plus, ähm, plus diesen Pfeil. Als dritte Bar, viel brauchst du den Skill. Moment, ich muss jetzt mal ein Volk da aufreißen. Da hab ich noch umgriffen? Ne, natürlich nicht. Da lag nur Fleisch. Nein, Federn. Da. Ich will die Federn. Wo sind die Federn? Da, der Federn. Hier kommt gleich der Zwischenboss. Aber den kennen wir auch schon. Das ist kein Unbekannter für uns. Aber da wärs echt, echt praktisch, wenn du den brennenden Feuerfall durchmordest. Aber, naja. Das kriegen wir aus der Rede. Ja, ich denk mal zu zweit geht das. Wenn der sich wieder auf mich konzentriert, wie beim letzten Mal. Das haben wir schon geschnetzelt sind hier. Ding, 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 ding. Ich halte einfach alles ab. Mann! Effe! Ja warum schießt du auf mich? Ich hab gedacht, du hast uns zum Zombie bezogen. Jaja, ist okay. Schieß halt auf mich. Nehm mal drauf. Ja, ich muss vielleicht mal ein bisschen leben. Okay. Oh, dass wir da essen. Oh, ich hab zwei auf einmal. Ich bin so gut. Sechs Fiecher. Nein. Headtraps. Ich glaube, das sind wirklich einfach Kram aus so Köpfen. Ja, ich glaube auch. Weil, wenn ich meinen Boomerang werfe, dann verschwindet der auch aus meinem Inventar. Das ist krass. So, ich gebe dir mal die Federn. Na, ist schlecht. Ne, ich debilisator brauche ich nicht. Irgendeine Heilpflanze oder irgendwas in der Art. Warte mal. Warte mal. Lass die geben. Huberang-Action hier. Rasserschiert. Du hast zum Heil gegeben. Stimmt. Sieht schon besser aus. Jo. Also, ich finde, Heilpflanzen sind hier echt die seltensten. Ja. Hungerprobleme oder so hat man eigentlich selten. Guckt ihr auch an den Skills-Stand, aber... Oh. Okay, synchronisieren wieder. So. Da ist der Fette, da ist der Fette, da ist der Fette, da ist der Fette. Den kennen wir schon. Aber Achtung, der ist ein Fasser, der rennt nicht auf ihn zu, der wirbt auf Samus. Oh. Und rennt halt auf dich zu und schlägt dich einfach. Ja, aber das ist wirklich schwächer als im Einzelspieler, Moritz. Da hab ich ihn einfach die ganze Zeit angezündet. Also, das ist ein Umenschutz dabei. Was willst du mehr? Umenschutz, ein Super-Sucht-Boomerang. Okay, der ist echt recht zu mir gerade. Das war's schon. Aber der droppt leider nichts Gutes. Und mein Pfeil gibt auch nicht mehr her, oder wie? Mann, Mann, Mann. Nee. So ein Geiz halt. Ja. Also, der erste war schwerer. Da hat's auch die Ausrüstung gefehlt. Ja, das stimmt. Da hatten wir noch nichts Gutes. Warte, lebt man. Ah! Ja, was haben wir hier? Eine leere Flasche. Ja, sehr gut. Aber es ist auch gut, dich deinem Kollegen, ein Zombie ein paar Meter vor die Rentenfalls hinzuschießen. Ja. Die sind sehr risikobreit. Entweder wir sind einfach extrem treffsicher, oder... So, Robin Hood Style. Ja. Oder du denkst dir einfach so, YOLO! Verstärkte Jacke! Yeah! Wäuchten wir nur noch eine Eisenplatte. Warte mal, aber ich glaub, hier gibt's auch so schon bessere Westen, als die wir... Geil, wir haben ja kugelsichere Westen, aber hier gibt's glaube ich Soldatenwesten. Da sind wir mal ein bisschen besser, auch unverstärkt. Oh, okay. Oh, okay. Woin. Hey, wir gibt's halt nicht bei jedem Zombie! Was ist das, hier? Ein langes Wort, das brauchst du? Genau. Aber wir bleiben hier, die Leute treffen. Aber mein Inventagen wieder voll. Ich ziehe ich jetzt. Und da steht ja immer wieder auf! Warte, Achtung! Ja, werf mich ruhig ab. Mach ich doch gerne. So, langes Rohr. Was kann ich jetzt mit was verwenden? Das kann ich auch recht tun. Kann ich auch recht tun. So, dann muss ich erstmal meine Schrotfindel auseinanderbauen. Ja, mach das. Kann ich irgendwas machen? Natürlich nicht. Schon habe ich Affektionsgewehr. Geil. Was ist das? Das wohl wohl das beste Gewehrsein von allen. Also die beste Schusswaffe zumindest. Kann man nicht. Jetzt noch so ne Art Sturmgewehr. Aber das soll vielleicht nicht gut sein. Fertig. Ich denke damit machst du halt übelst Schaden mit dem Teil. Aber kannst halt nicht eine Kugel feuern. Bei mir. Kugel wird es nicht eure Soldatenjacke. Genau die meinte ich. Obwohl die ist nicht besser. Aber hier haben wir irgendwie ne neue Pflanze. Die Pflanze hatten wir die schon mal? Oder ist die neu? Oh ne. Die müssen wir sammeln irgendwie. Ich hab 3 von 20. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.